Leid in der vergangenen Nacht musste die Feuerwehr 5 noch mal ausrücken. Umstände des Feuers sind noch offen. Weißt du das? Seid geklingelt? Ja, ich weiß, Onkel Henry! Wir haben einen weiteren Brand. Einen weiteren Brand auf einer Frau. Wir unterbrechen das Programm für eine Heilmeldung. Momentan befindet sich ein Fallschwammer vor dem Jahr 1924. Manche warten nachts am Highway auf ihren Truck, um sich davor zu legen. Das ist keine Fallschwammerin. Man erzählt sich von einer Truckerin, die nachts durch die Lande zieht wie ein offenes Messer. Und trotzdem jedes Weihnachten wieder. Judy Garland. Amerika, Anfang vergangenes Jahrhundert, Minnesota. Was wollen Sie? Ich wollte ins Radio. Ja, da sind Sie hier. Äh, richtig. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Das ist ein Foto.